Wir nehmen das Klärende. Was war denn mit der Rückstands-Kotel? 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 Du frisst dich auch nicht in der Oberkiste aus und jahle an spazier. Madonna am Friedhof und ein rotes Bruder mit mir. Und schon wieder auf Nachtschrung. Und wenn deine Hände anlaufen, ihre Arme tun. Und auf den Norden, genau zwei Sekunden. Und dich öffnen rundum. Als Zahn für den Norden. Zwei Augen für die Nacht. Für die Nacht. Für die letzte. Ja. So ist es. Nachtschrung Teil 3 Manchmal glaube ich, dass ich schon tot bin, wenn ich von der Hurenarbeit komme. Die zwanghafte Lustigkeit, das andauernde Kassiererinnen-Lächeln. Sehe mich, als lebte ich in einem Film einem Seherschlechten. Und erst die Kundschaft. Solche Ricksbeutel. Schlimmer als die Frau. Bei der Heimat freut mich dann fast der ausländische Taxifahrer, der mir auch noch auf den Schenkel hinten lang. Bei der wenigstens kein Deutsch kann und mir keine Geschichten erzählt. Gemüse möchte ich nie sein, nicht einmal ein Kilo Tomaten. Noch bin ich nicht im Wechsel. Jetzt bin ich 62 Kilo Menschenfleisch, ein Meister der Verdrängung, und lebe auf kleinem Fuß und werde immer stiller. Ein Stummer werde ich sein, am Ende ein Idiot. Denn die Dummheit gehört zu den sieben geltenden Regeln eines guten Verdienstes. Welche sind Gerissenheit, Dummheit, Ausdauer, Rastgier, ein kühler Kopf und ein warmer Arsch. Am schlimmsten ist es, wenn es wirklich einmal lustig wird im Hurenhaus und mir dann ein Gast quer durchs ganze Lokal nachschreibt. »Nur keine jüdische hast!« Dann denke ich, wie grausam du Faschist. Und ich lache scheppern, weil ich auf keinen Fall aufstehen darf und ihm eine schmieren, obwohl das das Richtige wäre. Für mich und die Liga der Aussichtslosen zumindest vielleicht aber das ist knockenharte Arbeit. die da draußen jeden Tag auf der Straße stehen, solange bis sie alt werden und aufs Sofa pinkeln, wenn sie einer auf eine Räuberpause einlädt. aus Freude über den letzten Schluck, die Halbkinder, die im Schnee stehen mit schönen Glanzhosen bei 20 Grad minus Celsius, tiefgefrorene Hühnerschenkelchen und ich denke, wo geht der Papst hin, wenn er spritzen muss? Vielleicht sind das die die undefinierbaren Ecken auf dem Turiner Leichentuch. Es tut mir leid, das ist ein wenig, aber... die Frau mit dem Himmel über Niemandsland. Die Frau mit dem T-Shirt, wo Sünde draufsteht, bläht ihre heftigen Brüste und schreit immer dasselbe. Ich kann das nicht akzeptieren, ich akzeptiere das nicht, ich kann das nicht akzeptieren. Sie hält eine Flasche, Maria Kronenschnaps in der Hand, dreht einen guten Schluck und flüstert plötzlich, ich kapier das nicht, ich kapier das nicht, dreht sich um zu mir, umarmt mich und sagt, Rudi weiß alles. eine dürre, hektisch kleine Gestalt, ohne fast keine Zähne, schiebt sich durch die Gruppe und der Rudi steht der Delinquente gegenüber mit seinen frischen Pulveraugen und sagt, gar nichts. und man weiß nicht, ob es eine Frage oder eine Antwort ist. Oben am Himmel ballen sich dunkelgrüne Wolken und ein leises Lüftchen kehrt die Kippen am Boden ein Häuschen weiter. Man wartet. Manche haben schon, manche noch nicht. Als endlich ein Wagen hält, kommt Bewegung in die Kunde. Am liebsten würde man hinrennen, so wie bei den Eltern, damit man das kriegt. Aber wie bei den Eltern geht das nicht zu. Betteln und lieb sein hat keinen Sinn. Man hat zu warten. Dann steigt endlich einer aus, Muskeln wie ein Viecht, Bauch über die Fettnis hinab, trainiert an seiner Seite eine Entourage und eben solchen, aber etwas kleineren Troglotyten, selbstverständliches Gehaben im Schritt und im Blick ein wenig auf das jüngere Gemüsemuster. Eine winzige Bewegung mit der fetten Hand und seinem Begleiter heißen ein blondes, pubertierendes Weibchen mit glasigen Augen aus der Gruppe. Du kommst mit. Danach wird das Zeugs verteilt. Kleine, edeliche Gedanken kleben sich über den Horizont. Daneben brummt das Auto und die Tür, die steigen wieder ein. Das Mädchen kommt mit und wird sie nie mehr finden. Der Rest im Niemandsland steht auf, bezieht Position und ist wieder er selbst. Auf der erfolgreichen Reise zu sich, er ist wirklich. Blicke wechseln und es schwimmen die Augen, ein liebevolles Verständnis begleitet die reparierten Gesichtszüge und eine gemütliche Ruhe stellt sich ein, man spricht mit zusammen. Alle Zeit der Welt ist jetzt. Und es ist unsere Zeit. Was wir sagen wollen, bringen wir ohne Stocken, ohne die üblichen Wiederholungen zur Sprache. man redet miteinander und es tut so. Der Sonnenaufgang ist uns wurscht und der Sonnenuntergang ebenfalls. Wir wollen das, was wir als Kinder, die gekriegt haben, alles geben. Und dass es jetzt gerade genauso ist, wie es damals hat, hätte, vielleicht so sein sollen können. Wir federn nach den Fußsohlen hinaus und hinunter, bemächtigen uns die Elastizität, die uns in die Kehle und über die Adern ins Gebirge bringt. Selbstbewusst, eingedenkt, schlau und gefindelt. Wir sind jetzt am Leben. Und wenn der Abend hoch am Himmel droht, dann haben wir immer noch etwas für den Reim. Das wird uns die Nacht leuchten lassen und alle unsere Wünsche verstehen. Das ist das Pulver.